Siehst du, deine Familie hat das ja nicht so größer aufgenommen, sag ich doch. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Hunt Showdown. Verstecken. Verstecken. Da muss ich gucken. Komplett neu, hat's noch nie gegeben. Ja, ist auch neu, komplett. Ja, das hat... Hast du noch von Petit? Ein Akadari-Original. Ja, sing ich. Und genau, da seht ihr einmal Sven und da seht ihr David. Wir sind nicht in einem Team, ich suche und die beiden verstecken sich. Ja, wir haben es hingekriegt, dass wir quasi einen privaten Server haben. Ja, YouTuber-Bonus und so. Hohohohoho. Sven. Sven. Sven, heil dich mal. Ach ja, warte. Du kommst jetzt verblühtes. Sven ist der Erste, den ich finde, weil seine Leiche im Bruder nachher liegt. Wenn er mich abschießt oder was du da gemacht hast. Ja, ich wollte ihn hier so einen Aufruf mit so einem Jacket machen anher. Ich kann ihn nicht aufheben, okay, krass. Naja. Er ist ja okay? Nö, ich auch nicht. Er ist aber wieder weg. Auf jeden Fall, die beiden haben gleich eine Minute sich zu verstecken. Ich drehe mich dann hier um und zähle dann ohne Headset einmal runter. Für euch wird es dann natürlich wesentlich schneller gehen. Aber wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so ist, mir zu verstehen. Genau. Ja. Die Map zeige ich auch nochmal. Ich zoome auch ran. Port Rica ist die Map. Eigentlich das ganze Ding oben, unten, Gebäude, alles drin. 15 Minuten haben die Zeit, sich von mir zu retten. Das Feuer ist mittlerweile weg bei der Web. Ja, aber wir nehmen ja eher das ganze Ding. Und auf jeden Fall keine Sachen, die mir Schaden zufügen, alles andere dürfen sie. Also dürfen wir einfach hinschießen, dürfen Blitzbomben benutzen, Stolperfallen, easy. Ja, ich würde sagen, legen wir los, ne? Wie viel Tiff? Eine Minute. Ja, eine Minute. Ihr habt eine Minute Zeit und ich gebe euch alle 20 Sekunden Bescheid. Ja, okay. Na, ist der bereit? Ja. Alles klar. Es geht jetzt los. Eine Minute startet jetzt. Gut. Okay, David, okay. Und verstecken wir uns. Also, Meta. Meta. Du, 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 du suchst mal dein Versteck irgendwo dunkeln, ich suche mein Versteck irgendwo dunkeln. Tja. Okay. Was ich gelernt habe, in Hand, in Dunkeln halt am besten, sich zu verstecken, weil da sieht man die Gegner nicht so gut. Ja. Das heißt beispielsweise, mit einer dunklen Opa. Vorzugs, das ist meistens äußern bei solchen Tageszeiten. Halbzeit. Das ist halt schwierig, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich habe auch was. Wenn ich da jetzt in den Kommand... Okay, dann muss ich schnell wieder hoch. Mit Messer und Crouch, das war das gleiche, oder? Ja. Oder? Genau. Allgemein und Crouch. Ich glaube, ich habe jetzt schon mal wieder die Hand nehmen. Weil ich habe noch 5, 4, 3, 2, 1. stein eckstein alle müssen versteckt sein so selbst im start von pc geklaut easy aber das gibt es ja sowieso ja dann gucken wir mal ob wir finden so alles machen oder ich darf alles machen also dass uns mit allen sachen killen oder ok david ist nicht bei der stelle die mir gezeigt hat ja schon mal interessant ich bin nicht bei der stelle die mir gezeigt dass wir wissen wenn wohl und ich habe es noch nicht gesehen muss jetzt eigentlich auch sneaky mäßig drauf sein weißt du ich sag dir wenn du mich findest dann kriegst du einen pokal alles klar so krass ist dein versteck also wenn ich meine webcam hätte aber ich meine webcam hätte es ja so gehe die anspannung im gesicht ich hab heute sind bildung versteckt er hat was erwartet habe ich das gefühl dass ich aufschreie und wegrennen oder was ich will nur gucken so kann ich meine option offen halten wenn man das gefühl dass man den ersten schuh gesehen hat also ich kann also ich gebe einen kleinen tipp ich kann nicht sehen ich habe so angst dass er mich gleich eben gesehen ist das fächern oder was hast du also ihr macht erst mal wieder alle aufschrecken weißt dass wir wenn ein anderer spieler kommt sieht dass die verstecken spielen einfach mitmacht oder ein oder der von niedergemacht wird janik sagt mir mal wenn du bei zwei minuten ist ja lieber zwei minuten also bei zwei minuten wenn wir in den tag verbleibend 15 auf 2 ist ja okay da willst du dich erst bewegen dann will ich ja nicht ein tipp geben und zwar im deutlichen aber da wird sich bewegt bewegt mich auch auf jeden fall ich werde mich nicht wirklich bewegen der bewegen ist nicht unbedingt ein tipp ich ich gebe dir den tipp bewegt mich gerade die ganze zeit nur an derselben stelle wie gesagt um hier zu bleiben muss ich das so ich bin einfach der jay ahja jetzt versuch mal ein bisschen zu zeigen wo ich gerade bin aber ich mag ja nichts ein skin jetzt bin ich fast runtergefallen auch du scheiße david was machst du da für sachen ich überleben weißt du wir müssen uns hier verstecken und du machst hier den handelmann ich mach den handelmann hier ballern und so falsch ist wir ballern hier doch gar nicht du jannik ist hier am ballern ja das stimmt doch nicht nein wirst du sagen ich werde können munizieren um ja 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 Was ist los? Oh, er hat dich! Oh mein Gott! Ja! Ich wusste, ich hab kannst du an irgendwas gehört. Ja, nicht schlecht, aber nicht schlecht. Das ist echt gut gewesen. Also, sorry, aber das war ja... Das war echt nicht schlecht. Ich hab dich am Steppen gehört. Ja, sorry, es ging echt nicht anders. Du kannst dich da nicht anders festhalten. Du glitschst so langsam runter, meinst du, ne? Ja, ich glitsch so langsam runter. Ich hab versucht, auf dem scheiß Brett stehen zu bleiben in der Mitte. Aber es ging einfach nicht. Und es ist verrecklich. Und dann war die Zeit. Und dann hab ich überlegt, oh, wie kommst du da jetzt so viel hin? Hm. Aber nice. Ich hab mit Sven da in dem Gebäude gerechnet. Was ist, wenn das ganze Gebäude gerannt? Bestimmt läuft er da wieder rein. Was hat mir das nur deswegen getan? Also, ich hab... Also, ich hab... Es ist schade, dass ich dir nicht zugucken kann. So ne richtige Pädagogik. Aber, oh, warte mal. Ich kann ja in die Todesansicht, oder? Nee, kann ich nicht. Hab sie nicht verbrannt oder so. Theoretisch kannst du. Nee, kann ich nicht ermöglichen, dass es dir durch die Augen geht. Es ist nur das zu sehen, wenn... Ach so. Ja, wenn ich halt tot bin. Oder beziehungsweise, wenn der Team mit meinem Partner tot ist. Ja. Dann kannst du sehen, wo ich dir gefehlt habe. Schade. Ah, Alter. Schade. Ja, der Bindelversteck hat er aber besser gehalten, als es da mit dem Meter versteckt. Das ist richtig. Sven ist bestimmt, der läuft bestimmt einfach dauerhaft durch die Gegend. Weißt du? Sieht mich? Okay, dann muss er die rechnen. Also, wir sind ungefähr bei neun Minuten, oder? Wir haben jetzt gleich die neunte Minute, ja. Interessant. Also, Sven, noch sechs Minuten. Oh Gott, das ist nicht so schwer. Du fühlst dich einfach nicht danach an, ne? Haha. Ich hab alles mit zu bewegen. Also, ihr habt echt zehn Minuten durchgehalten. Krass. Kann man so sagen. Ja, wie krass, dass du das gehört hast. Das war krass. Es ist halt wirklich leise die Steps gewesen. Aber ich hab ja gesagt, ich bewege mich die ganze Zeit am selben Punkt. Mhm. War aber für mich nicht so der Tipp, aber... Ich hab's halt irgendwann halt selber gehört, was du meintest. Das ist halt krass, ich hab dich da vorbeiruschen gehört und dachte mir nur so... Ja, geh ich. Mhm. Alter, wenn ich Sven wär... Alter, ich wär schon viermal an Herzinfarkt gestorben. Äh, brauch ich denn nicht? Ja geil, wir sind nicht alleine. Das ist voll süß. Nehmen uns. Wir haben auch nicht nur noch Kinder. Nehmen uns. Geil. Geil. Ja, wir hatten sie ihn ja doch noch wach. Ja. Wollen wir mal sagen? Fall an! Hm. Hm. Ja, die haben ja direkt einen Ausgang bei sich. Die werden sich bei uns nicht stören. Weißt du nicht? Ja, warte mal. Dann ist der Butcher in LS Farm. Warte, warte. Ja. Dann ist der Butcher in LS Farm. Ist logisch. Ja, geil. Dann kommen die alle hierher, oder was? Nein. Nee, nee. Ist doch unter uns. Ja. Ja, aber wenn die zum Ausgang wollen. Naja, der ist hinter denen. Achja, tatsächlich. Ja, keine Weckermann. Dankeschön, Schatz. Hab dich lieb. Siehst du, deine Familie hat es ja nicht so besser aufgenommen. Sag ich doch. Hä? Was denn? Es kommt noch auf die Antwort meiner Mutter und meiner Oma an. Mhm. Ich hatte so ein Premium-Versteck, ey. Ach, Janik, lass mich doch der DJ hier sein. So, zehn Minuten auf jeden Fall. Warte, was ist jetzt? Die Elfte. Achja, by the way, wir können GTA-Versteck und Sven jetzt endlich machen. Hat dir das Janik schon gesagt? Nee. Ja, wir können das endlich machen. Ich rufe euch morgen an. Ich rufe euch morgen an. Euer Held. Ja. Ähm. Was war denn der Fehler? Ja, es gibt nochmal andere Einstellungen, die man selber im Spiel machen kann, weswegen man dann den Namen nicht mehr sieht. So. Ja. Es ist eine sehr dumme Sache. Aber Janik meinte, irgendwie das lohnt sich nicht wegen den Fuertzahlen. Also Leute, haut mal in die Kommentare, ob ihr GTA-Verstecken aufsehen wollt. Bam. Bumm einfach. Bumm. Bumm. Wird rausgekattet. Boah. Janik, soll jetzt nicht so gut sein. Janik. Janik, ey. Er guckt, mag eh keiner. Algo. Lass die Zuschauer entscheiden, was sie sehen wollen. Eben. Sven, du hast es fast hinter dir. Du hast es fast hinter dir. Du hast es fast hinter dir. Das ist ja grad so knapp, ne? Alter. Ich weiß nicht, wie er das nicht sehen kann. Ich weiß nicht. Gib mir mal einen Tipp. Hast du irgendwas dabei? Scroll mal durch den Draht durch. Ich weiß. Yo, wirf einfach mal die Feuerbombe irgendwo hin. Jetzt natürlich nicht. Warte um ab. Wo ist der Haluke? Der ist direkt in deiner Nähe. Das ist belastend. Das ist sehr belastend. Also ich hab ja die Sound sehr gut eingestellt. Deswegen weiß ich ganz genau, wo er ist. Aber ich kann es dir gerade nicht kommunizieren. Ich kann es dir eigentlich auch… Ich hatte das aktualisiert. Interessant. Ja. Light Breeze. Mull. Und deszzzzz. Zzzzzzzz… Zzzzzzzza! Ähm. Du siehst du das oben rechts? Ja, nee, oben rechts. Oben rechts ist rote. Oben rechts ist rote. Ja. Rufe da oben mal rein. Warte. Also… Ja. Ja, das weiß ich nicht. weiter links weiter links weiter links ja das ist sowieso jetzt geschafft ich habe es geschafft noch nicht ganz ich habe zwei minuten ich habe zwei minuten 57 habe ich gestartet dann dürfte sie suchen also bei 2 bis 57 habe ich bei mir angefangen jetzt ist gleich 15 die 13 minuten noch zwei minuten das ist so bildung verstecken und ich komme wirklich durch jetzt noch ein tipp geben ich meine du hast ja noch knapp eine minute scheiße Oh mein Gott, was ist hier gehen? Bring! Bring! Es ist ein Rettungsfilm! Oh, scheiß Ping hier, ey. Stopp! Wie knapp war das jetzt? Oh Gott, ich hab die ganze Aufnahme weggeschoben, brauchst du sie. Oh mein Gott, müsste jetzt die 14. Minute sein. Oh, krass, ey, wie knapp. Oh mein Gott. Ja, ja, nech, dann GG. GG. Ich hab Sven durchgehend gehört, durchgehend immer wieder so, ich hab mal gehört, wie er aus Versehen geschlagen hat, ich hab mal gesehen, wie er mal E gedrückt hat für seine Sicht, hab ich alles gehört, ich konnt's noch nicht identifizieren. Hier, wo ich E gedrückt hab, ne? Da hab ich mich verdrückt, weil du bist irgendwie von dem Gebäude runtergesprungen, du warst genau vor mir und ich wollte eigentlich da schon weggräben. Lol, da kann man drauf? Nichtsdestotrotz, zweite Runde. Genau, also Leute, gleich guckt Sven nochmal, der hat jetzt am längsten geschafft. Mal gucken, ob er 14 Minuten ungefähr toppen kann. So, krass. Also, bis sofort. Ladies and gentlemen, Runde 2 ist auf Start, ich mein Sven der Suchende, er hat sich sein Real-Life Kostüm auch schon angezogen. Ja, da bin ich. Okay, also, wir zählen jetzt, ne? Richtig geht's um, er sitzt in die Ecke und, äh, ja, dann eine Minute Timer. Headset drunter, dann Timer. Okay, ein Moment. So, Headset ist ab und, jetzt mach ich den Timer an, eine Minute. Ja, umdrehen noch, umdrehen. Jetzt hält's ja nicht auf. Genau, jetzt. Jetzt hält's ja nicht auf, aber hört los. Warte. Ja, die hat auch nicht so. Nice, wir können, also, wenn wir gewinnen, können wir noch ein Ding mitnehmen. Wir tönen ihn ja nicht. Ja, aber, wenn wir jetzt, wenn er uns jetzt nicht findet, dann können wir, das lässt du noch mitnehmen. Ja, wir beide nehmen einen und er nimmt einen. Nein, 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 nein. Genau, richtig, das meine ich. Geht's los? Ich weiß auch nicht. Sven? Ich glaub, den zieh ich schon. Ich glaub, den lockt schon, oder? Warte. 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 Sven. Wir müssen gleich warten. Ja, Sven. Leute, ich hab schon gezählt und alles. Ja, du musst auf die Scheiße in die Ecke durchgehen. Hä? Ich hab, ich hab doch gesagt, ich hab doch gesehen, wie ich mich in die Ecke gedreht habe. Ja, aber du hast nicht gesagt, jetzt los. David. Ach, Leute. Ihr seid Helden. Jetzt wie so eine Maus. Ich hab gesagt, ja, geht los. Sehr schön. Die wechseln. Gut, ist weg. Also können wir jetzt normal spielen. Genau. Du sagst jetzt einfach Bescheid direkt. Okay, also, ich dreh mich jetzt um. Genau. Ich leg jetzt mein Headset ab. Okay. Und? Warte, ich mach nur eben hier Timer. Warte. Ähm. Schritte. Nicht dein Headset, oder? So, es geht los. Alles klar. Okay. Scheiß auf die Spiele. Scheiß auf die Spiele. Scheiß auf die Spiele. Scheiß auf die Spiele. Die müssen uns verstecken spielen lassen. So, Yannick. Viel Spaß bei deinem Verstecken. Dankeschön. Machst du das Ding bitte wieder aus. Ne. Ich steu den genauso wie uns. Oh, Alter. Er rennt wieder hin, David. Ist mega. Ich mach jetzt mein Game City. Ja, ich auch. Mal gucken, ob Sven meine Überraschung entdeckt. Eine Minute noch. Ach du Scheiße. Ich mach ja noch Scheiße. Was? Ach. Ist das so? Was geht's? Eine Minute ist gar nichts in dem Game. Ja, sag gemein, die. Was? Verstecken. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich komme. Gut. So, ab geht die Luzi. Wir sind schon gespannt, was du da brauchst, wenn nicht endet. Ja. Vierzehn Minuten musst du toppen, Sven. Vierzehn Minuten muss ich toppen. Sechzehn Sekunden sind schon um damit. Easy. Ja. Easy. Okay, ich hab den Generator angemacht. Kann ich den irgendwie auswachen? Ja. Indem du dich davor stellst und dir drückst. Genau. Und dann musst du 15 Minuten weh. Okay. Ah, ja. An den Generator. Äh, Janik? Hä? Du musst schon richtig drücken, Sven, ne? Ja. Also du musst wirklich irgendwie den Generator drücken, äh, stellen und so lange drücken, bis der aus ist. Ach du Scheiße. Gedrückt halten halt, ne? Ja, gedrückt halten. Ja, 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 ja. Ich bin da gleich wieder. Keine Zeit. So, Mind Games. Geht das? Geht nicht. Schade. 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 Kann ich nicht sagen? Sven hat mich, hat mir schon an der Pumperzchen gerochen, ey. Ja, hat er geschnuppert? Richtig geschnuppert, Junge. Mein Pumperzchen hat schon hui gesagt. Bist das so? Oh, ist das Sven in meiner Nähe, ey. Ich kann nicht riechen. Du kannst mich also schon riechen. Ja, voll krass. Jetzt sag doch mal, wo du bist. Nee, wär jetzt zu einfach. Siehst du denn in meiner Aufnahme? Ah, ja. Schick dir da dann ja Janik, dann kann er es dir zeigen. Ich glaub ja, Hilly Billy Sven ist nicht so sportlich aktiv. Das stimmt. Das ist krass. Hilly Billy Sven ist nicht so sportlich. Das hört man auch richtig. Aber dass der Hilly Billy Sven meine Überraschung noch nicht gesehen hat. Ist doch. Oh, da hat er es doch gesehen. Die Steilverfalle? Ah ja, die beiden. Werd' denn Sven so hört. Ah, ich dauere drei Minuten? Easy. Ja, das geht zu einfach her zu kommen. Sven, bist du grad unten? Vorher weißt du das? Ach, ich seh dich. Du siehst mich also. Ja. Ich seh dich. Ach, das kann ich leider nicht an der Schriegezimmer. Hast du es gehört? Nee. Hab's halt nicht gehört. Das hast du selbst gehört ja nicht mehr. Dann bist du ja gut. Oh, lol. Das ist ein krasser Hinweis. Den hebe ich mir hoch. Es sind ein paar Hasenkäfige. Ein rotes Dach. Ein weißes Dach. Ja, Nick. Hier hätt er mich sehen können. Sag ich mal so. Da hätt er mich sehen können. Hier hätt er mich sehen können. Da hätt er mich sehen können. Ich hab hier sogar so ne krasse Zielschreibung gemacht. Da schließe ich jetzt mal drauf. Blöde ist, ich seh halt von hier aus echt keine Glocke, ne? Sonst würde ich Sven richtig krass in den Neues geben. Yannick weiß ja meine Messerwurst-Skills. Hm. Yannick ist sie grad ein bisschen angespannt. Kann das sein? Bin leicht interessiert. Leicht interessiert, ah ja. Sven? Ja. Sind du gerade? Was siehst du denn so? Äh, ein paar Häuser sehe ich wohl. Ein paar Häuser. Von Wasser und Holz. Hast du es auch gesehen? Hm. 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 Wie habt ihr euch denn schon bewegt, oder? Ich beweg mich durch. Ich geh den nur näher. Also Yannick macht halt einfach den Peter. Was heißt den Peter machen? Peter bewegt sich meistens beim Verstecken. Jay ist immer der, der irgendwas extravagantes sucht. Was so meinst du das? Ah nein, nein. Du machst den Brammen. Aber dafür ist noch zu act-un-actionreich, ne? Also... Dafür fehlt einfach noch ein bisschen was. Also ich hab schon drei Wurfmesser geworfen in die Nähe, wo ich bin. Hab ich nicht gehört. Wenn du die drei Wurfmesser findest, kannst du ungefähr einschränken, wo ich ungefähr bin. Und ich sag mal so, die liegen echt offensichtlich. Da liegen die Wurfmesser, Jannick. Ah, okay. Okay, seid ihr ja quasi beieinander. Nee. Wir können ja pingen. Ach, aber kein Ping. Also, wo ich gefragt hab, habt ihr gesagt, ne? Ja doch, man kann pingen. Aber du kannst ja nicht... Ich konnte nicht pingen, weil David nicht in meinem Team war. Jetzt kann ich natürlich... Also die beiden ja ping können. Richtig. Also du kannst schon... Du kannst pingen machen. Aber du kannst keinen Marker aufgeben. Achso. Äh, wie weit dürfen wir uns hier bewegen? Alles was in Port Rica. Alles was in Port Rica ist. Okay, okay. Port Rica ist Meter. Ja. Also dann quasi auch da hinten da. Was ist da hinten? Äh, ein Gebäude, wo ich gezählt hab. Mhm. Und dann links daneben. Ah, okay. Zu mir? David? David. Jannik? David? Ja? Guck mal zu mir. Warte. Siehst du? Du siehst mich ja, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Einmal da. Und einmal da. Wie krass das was denn? Also... Meine Pumpe vorhin, ey. Also wie gesagt, der hat an meiner Pumpeze gehoben. Die... Die Wurfmesser, die würde ich ja über Kilometer sehen. Mhm. Die stechen einem richtig ins Gesicht. Also Sven, kleiner Tipp, guck mal am Boden. Am Boden. Am Boden. Am Boden, wenn du zwischen dem roten Haus und dem anderen roten Haus über die Krücken gehst. Da gibt's diese einen Schuppen, der mittendrin in der Map steht. Ja. Und da sind Wurfmesser drin. Mit den Schränken drin, oder? Nee, nicht in den Schränken. Sondern einfach im Boden. Ja, ja. Aber es war da, wo hier Schränke drin sind. Also... Nee, nicht wo nicht in den Schränken drin sind. Vor neun Minuten schon Sven. Ja. Der Knack, ne? Ja. Also ein gewiss, der ist bei den lassen finden. Sag mal so. Warst du da Sven? Oder war da war der Typ? Ja, das war ich, um Sven jetzt mal die Wurfen, das noch ein bisschen besser zu signalisieren. Vielleicht kann er Lichtspiegelung sehen. Lichtspiegelung? Ja, aber das ist eine Erstickungsbombe. Okay, neun Minuten muss jetzt schon um, ne? Vielleicht kannst du ja Lichtspiegelung sehen. Bei zehn Minuten gebe ich dir den ersten Tipp. Ich sag mal so. Erstickungsbomben kannst du auch hören sehen. Okay. Das hört sich dann noch... Das kann ich gar nicht. Also, die kann ich hören. Ich sag mal so, du bist nicht in meiner Nähe. Oh Gott. Oh Gott. Janik, ein bisschen. LOL! LOL! Ich musste woanders hintern. Sven hier hat Stress gemacht. Was? Nix, Brody. Alles gut. Apelieb. Apelieb. Kuss auf Nuss. Hä? Bei wie vielen Minuten sind wir Janik? Ich hab auch den Dreh, Junge. Zehn Minuten, 20. Zehn Minuten, 20. Zehn Minuten, 20. Okay. Genau. Okay, ich sehe Gas. Ja, genau da in der Nähe bin ich. Und da hast du mich am Anfang der Runde ziemlich krass an der Poherze geschnüffelt, ey. Und ich bin immer noch in der Nähe. Immer noch in der Nähe. Ja. Ich sag mal so, ich bin an der gleichen Stelle, wo ich bei Janik war. Okay. Janik, guck den Video so. Geh. Geh, Alter. Alter. Ey, wenn wir das gewinnen, Sven, ne? Bei wie vielen Minuten sind wir? Ah, Janik, er ist mittlerweile unten. Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Alter, euer Ernst? Sven, das ist mein Premium-Typ jetzt. Das ist jetzt bei zwölf Minuten, gleich. Gut. Ja, genau, da war ich ganz am Anfang hin. Ah, okay. Hast du den da ausgelöst oder war das eher so der da? Den rechten habe ich ausgelöst. Ah, okay. Also, bei dir hat er auch schon eine Popperze geholfen, so ein paar Mal, ne? Oh, dann kommst du dir da halt. Zu dir kommt er. Ja, es ist dein Gebäude. Ich bin jetzt mal gespannt, was er tut. Also, da ist er reingegangen, durch das Tor. Okay. Ey, jetzt war ich wirklich gespannt, was er tut. Ja, zweieinhalb. Alles hat der Welt, Sven. Also, zweieinhalb Minuten noch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Für Sven kein Problem. Sven ist der Tiger. Sven ist der Tiger, stimmt. Ja, aber siehst du mich? Echt? Ich sehe dich durch die Wand, ey. Das ist einfach Premium. Wenn Sven auch mal kommt, das wäre geil. Da hätte ich nochmal so einen richtig funny Moment. Aber sehe ich euch denn nicht? Da oben, Sven. Sven? Sven? Ja? Sveni? Brudi? Habt ihr Liebmann? Hallo? Nein, tut man nicht. Du meinst 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 nicht. Sveni? Sveni, lass das. Brudi, ich hab dich doch lieb, Mann. Ich hab dich lieb, Mann. Ich hab dich lieb, Mann. Warum schreib ich dich nicht? Sveni, lass das mal. Zweieinhalb Minuten noch. Zweieinhalb Minuten muss ich noch übergeben. Gleich letzte Minute, Brudi. Alter, das ist ja echt gekommen. Ich hab mich nicht einmal bewegt, ne? Also, du darfst dann Sven zu mir führen, Yannick. Ey, also, wenn er das sieht, dann denkt er sich so, Alter, nicht dein Ernst. Letzte Minute. Alter, nicht euer Ernst jetzt. Oder, warte mal, ich führe Sven zu uns. Oder zu mir. Also, ich hab dich jetzt einmal kurz gesehen, übertreff ich ihn nicht. Aber mich hast du noch gar nicht gesehen, ne? Nee, dich hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab's gerade vor zehn Sekunden gesehen. Weißt du, ich guck einmal kurz aus dem Fenster, weil wir sich da so in Yannick einfach rumstehen. Ja, nice, ne? Ja, wo ich jetzt wohl bin, ey. Hey, David, mit Gap-Rudi, da. Da, ne? Da so ungefähr bist du, ne? Ja, auf jeden Fall. So, 20 Sekunden. Ach, nee. Jetzt ist er wieder unten, jetzt ist er ganz kalt. Ja, jetzt ist er da, er will nicht mehr. Ja. Oh, mein Gott. Sveni! Ah, 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 da haben wir's. Haben wir's, haben wir's rum? Ich war ja 3, 2, 1. Auflaufen, stopp. Auflaufen, stopp. Jawohl. Eine Sekunde nach Ablaufen. Wie viele ihr was hören könnt? Ja, ladies and gentlemen. Hoffentlich hat euch Handverstecken gefallen in Folge 1. Wenn ihr's nochmal haben wollt, dann, ähm, gerne uns wissen lassen. Lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar da, wie es euch so gefallen hat. Verbesserungsvorschläge im Zweifelsfall irgendwas. Geht hier auf Verstecken. Oder andere Formate, wo man's mal machen sollte. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haus rein. Tschau. Tschüss. Tschüss. ulares snapped Asst Sue BI